Nach dem Unfall hatte ich keine Freunde mehr. Ich glaube, sie hatten Angst vor mir, aber vielleicht waren wir auch einfach nur Zufallsbekanntschaften. Der gleiche Studiengang, die gleichen Lehrkräfte, die gleichen Prüfungen, das verbannt uns. Wir konnten auch über Filme, Bücher oder Fernsehen philosophieren, aber niemals über die wirklichen Fragen des Lebens. Ich brach das Studium ab und meine Eltern kündigten den Dauerauftrag. Für einen Großhändler verkaufte ich Obst und Gemüse auf Wochenmärkten. Ich diskutierte mit Kundinnen darüber, wie man die Frische des Spargels erkennen kann und mit Kunden über die wirkliche Herkunft der Gurken und warum sie einzeln in Plastik eingeschweißt wurden. Obst, Gemüse, Kochen, Essen, das war richtig und wahr und lebensnäher, Ich bin in Plastik eingeschweißt, aber es wird mich so ruhig. Untertitelung des ZDF, 2020